Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch ein paar Leckerlis, die ich benutze und die auch sehr gut ankommen. Als erstes haben wir da einmal Kürbiskerne. Die sind frisch selbst aus einem Kürbis herausgenommen und denen mögen sie sehr gerne, diese Dinge. Wie man sieht. So, was wir auch noch haben, also was sie auch noch sehr gerne mögen, sind Haferflocken. Die sind auch sehr beliebt, wie man sieht. Das ist eine der Lieblingssachen. Und eine Sache, womit man auch sehr gut Tricks beibringen kann, ist Malzpaste. Da hatte ich mir einmal die hier geholt und die funktioniert auch sehr gut. Man kann sie entweder ein bisschen rausdrücken und so geben oder, was ich gerne mache, einfach auf dem Finger. Und dann können sie es ablecken. Ich habe hier noch was. Sagt mir gerne mal, was ihr so als Leckerlis benutzt. Würde mich mal sehr interessieren. Das hier ist Maske und wir probieren ihm heute mal einen Trick namens Dreh dich beizubringen. Dazu nehme ich hier Malzpaste, die ich gut an meinen Finger tun kann. Und wie ihr seht, das funktioniert. Mond, geh mal weg. So, und jetzt einmal ohne. Ja, wir kriegen schon eine halbe Drehung zumindest. Hier, nicht beißen, das ist mein Finger. Genau, du weißt, wie das geht, ne? So, für den kleinen Beißer gibt es eher sowas. Ja. Oder? Also ich zeige euch jetzt mal, was man gut...